What? Momentan bin ich auch noch Ligaführer, ach du Scheiße, jetzt hab ich mein Auto zermackt. Und jetzt in welchem Umkreis? Also deutschlandweit? Ach, das ist einfach nur eine Fun-Liga. Trotzdem, wenn du in dem Spiel einer der Besten bist, das ist ja cool. Dann muss ich mal wieder vorbeigucken. Ja, boah. Wenn du nicht so viel Spaß an Rennspielen hast, dann kannst du das eigentlich auch sparen. Doch, ich guck mir schon gerne mal ein Rennspiel an, aber... Du hörst ja doch bestimmt auch das neue Need for Speed holen. Nee. Nee? Als ob. Ich muss erst mal gucken, um was da überhaupt so geht und dann... Ah, und jetzt fall ich euch hinterher, ja. Willst du noch mit hier einsteigen? Ja, gleich. Warte, ja. Na dann jetzt, oder? Ja. Warte, ich schacke immer ein. Das jetzt ist schon. Du musst aufhören. Nee, nice. Werden aggressiv. Kann ich. Warum hat der bei mir sich die Maske nicht aufgezogen? Achso, schießen? Okay. Ja, aber warte, wir fahren jetzt einfach durch bis zur Valkyre. Und dann ballern wir alles drumrum ab. Ja, einfach mal Valkyre mitnehmen und abheben. Na, nee, wir müssen erst mal ein bisschen abheben. Nein, frost nicht. Na klar, sonst bist du tot. Nein, das klappt. Wenn wir alle zackig machen und die, die hier in der Nähe stehen, umlegen, dann ist das alles kein Problem. Also irgendwie hab ich bisher noch keinen gekillt. Zuerst mal, egal. Das ist man zuerst. Das ist halt auch Richard. Ja, ich darf das. Sag mal, wo schießt ihr denn ihr? Überhaupt 8 da ist? Ach, den hab ich wieder nicht gekillt. So, jetzt kann man. Wer fliegt? Ich nicht. Ich flieg. Was hat mich denn für ne schäbische Maske auf? Was soll das denn? Zackig, zackig. Ach so, jetzt kann ich natürlich wieder nicht schießen, oder was? Doch, mit. Mit. So. Da weil ich vorne sitz. Ja doch, E drücken. E, da kann ich schießen. Ah, Mensch, ich hab hier die Special Position. Ist ja aber nix. Ja, die kommen gleich. Hinter uns ist einer. Kann ich nicht. Ich kann auch nicht nach hinten schießen. Ich seh nichts. Ach so, auch nicht. Ach, ich hab hier dieses... Dort vorne ist irgendwo einer. Ja, links und lass erst links nehmen. So weit komm ich nicht mal. Soll ich mal ein bisschen ranfliegen? Ja, bitte. Den hab ich kaputt gemacht. Hast du's gesehen? Oh, geil. Du warst es nicht. Oh. Das war ich. Scheiße. Deswegen hab ich keine Punkte gekriegt. Okay. Ja, rechts von uns. Oh, zwei von rechts. Oh, ey, das hat ja... Guck mal, was das für eine Reichweite hat. Ich kann nichts machen. Da musst du warten, bis sie näher kommen. So. Okay. Ja, und jetzt hab ich es verkackt. Los, drauf. Ja, guck mal meine Reichweite an. Ach so, guck mal. Warte mal. Ja, du hättest mal schießen müssen. Der ist direkt vor unserer Nase. Jetzt. Ja. Und noch einer. Da, 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 da. Ich bin so gut für dieses Spiel. Ja. Das hätt ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Da schießt sie, ja. Da schießt sie so noch nicht ganz. Ja, da schießt sie ab. Ja, da schießt sie ab. Ja, ich bin so... Unterfordert nennt man sowas, glaub ich. Ach. Oh, ja. Hätt ich jetzt noch gesagt. Meine Helikopter-Turbinen sind auch grad ein bisschen unterfordert. Die gehen zwischendrin einfach aus. Ja. Boah, Richard. Nice. Ja, das ist Skill. Das war's. Mhm. Jetzt nur noch gut landen. Ha. Ja. Wenn der zwischendrin immer wieder ausgeht, ist es ein bisschen schwierig. Was? Wieso? Ja, weil einmal getroffen wurde. Na, das ist auch nicht meine Schuld. Doch, doch. Ja, doch. Du hast ja nicht geschossen. Du hast ja nicht geschossen. Ja. 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 Ne, vielleicht. Das war bestimmt Rudi. Immer. Das ist immer Rudi. Solange mein Gerät jetzt nicht hier über dem See ausgeht, ist alles gut. Alter, das wär's jetzt. Jetzt hast du's gesagt. Jetzt passiert's. Ich kann das. Ich bin Profi. Ja. Hat im Battlefield fliegen lernen gelernt. Fliegen lernen. Fliegen lernen gelernt hab ich ja. Rudi hat blonde Haare, seit wann das? Ja, wusste ich auch noch nicht. Ja, seitdem er sich die blondiert hat. Rudi! Das hast du mir nicht erzählt. Was soll das? Ich kann das eigentlich sein, dass ich nur Silber hab. Was ist denn das? Was ist denn das? Du Noobes. Weil du nix getroffen hast. Na, aber es gab immer noch einen Autor mir. Weil du schuld warst, dass wir fast in die Luft geflogen sind. Eigentlich hattest du Bronze verdient oder gar nix. Gar nix. Gornix. 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 Du hast Gornix verdient. Welche Karre ist die geilste Karre da? Genau, meine.